Guck mal, Bernd, einen Soundeffekt. Willst du den mal machen? Bitte? Mach mal einen Soundeffekt. Ring! Am Apparat! Wie? Aha, sehr gerne. Ist mir egal. Weiß ich nicht. Habe ich keine Meinung zu. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Wen interessiert es mich nicht? Da regt mich ja schon die Frage auf. Ist mir egal. Ich soll die letzte Antwort gewichten. Ist mir sehr egal. Ja, gerne auf Wiederhören. Schönen Gruß von deiner Mutter. Bernd Kissel. Und Marco Wittling. Sehr wichtig. Bernd Kissel. Bernd Kissel.